Eure Sprache ist superweich. Nein, was denn? Nein, ihr seid hart. Ich war bei Garstadt. Mein Opa wohnt in Nürnberg. Haben wir Nürnberger hier? Bist du Nürnberger? Zai mal dein Würstchen, Digga. Nein, ich komme aus Fürth. Haben wir Fürther hier? Geil. Können wir alle Fürther auf die Bühne holen und die Nürnberger auch und ihr schlagt euch für uns? Wie geil er ist. Wie heißt du? Tarek? Was bist du für ein Landsmann? Was bist du? Deine Mutter kommt aus Hamburg? Ich auch. Gut. Und dein Vater aus der Türkei? Also sprichst du türkisch? Nein. Merhaba Abi? Nix? Wirklich? Du bist nicht die hellste Kerze auf der Torte? Digga, die Kerze ist nicht mal an. Bester Mann, Junge.